Willkommen zu einem neuen Video. Heute im Test die Glow Worms von Shogun. Die habe ich mit Hilfe von meinem Freund Pater etwas verändert. Da habe ich nämlich ein Stück Lunte reingebaut und die sollen alle sechs zünden. So, wir versuchen das jetzt mal mit meinem neuen Brenner, ob das funktioniert. Hat schon mal nicht wirklich funktioniert. Ist nur die Lunte angegangen. So, der Glow Worm brennt. Der Glow Worm brennt. Schöne Scheißbrust. Hier ist der Quail. Hier ist die Mücken hier. Das riecht doch wie früher. Das war's. Das war's. Zwei Minuten zehn. Hat das ganze gedauert. Sechs Glow Worms. Richtig krass.